Kommandos in Universe senden zu können ist eine feine Sache, aber genauso ist es auch Kommandos empfangen und auswerten zu können. Wie machen wir das? Fast alle Konnektoren in Universe und auch einige Devices können Befehle empfangen und durch die Verwendung von Triggern bringen wir sie zur Auswertung. Ich möchte jetzt ganz einfach mal einen TCP-Befehl empfangen und mir den anschauen. Wie mache ich das? Ich habe mir schon meinen TCP-Connector reingezogen und ich möchte, dass ich ein externes Tool, das ist dieses kleine Test-Tool hier, mit mir verbinde. Das heißt, ich stelle den TCP-Connector erstmal auf Host, dann ist er bereit auf diesem Port 5000, verbinde mein kleines Test-Tool, Connect und sende einfach mal Hello. So, dann sehe ich hier unten, ich drücke nochmal, einen kleinen weißen Kreis leuchten, das heißt, es kommen irgendwelche Daten rein und die Daten werden mir hier auch angezeigt im Monitor. Wenn ich die auf der Stage sehen will, habe ich mir hier ein Label vorbereitet, gehe ich auf die Trigger-Sektion und dort sehe ich alle Devices, die mir Trigger anbieten für dieses Control. Ich habe hier zwei Standard-Devices, die sind Universe Intern, Timer und Watchdog, darüber mehr in anderen Tutorials. Wir wollen jetzt einfach mal uns die normalen Devices anschauen und zwar nehmen wir den TCP-Connector, ziehen wir hier rein und dann sehen wir schon Print Incoming. So, und wenn ich jetzt nochmal schicke, wird der hier angezeigt. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten zu sagen, zeige mir den nur an, wenn er einem bestimmten Wert entspricht, nämlich den Wert zum Beispiel Hello2. Wenn ich dann meinen Befehl schicke, passiert gar nichts, es sei denn er entspricht, Hello2. Ich kann hier auch sagen, zeige mir ein Preset, das heißt, wenn Hello2 ankommt, dann schreibe Hi und so weiter und so fort. Und dieses Prinzip kann ich natürlich auch auf das Ausführen von Buttons übertragen. Das heißt, ich ziehe mir hier auch in die Trigger-Liste ein, Connector rein und sage Execute, wenn Hi geschrieben wird. Und dann sehen wir, und dafür müssen wir hier erstmal Hi eintippen und dann sehen wir, wie der Button ausgeführt wird und wie zum Beweis ist die Timeline hier auch losgelaufen. An diesem Punkt ein Wort zum Wildcard-System. Wenn ich hier gar nichts eintrage, dann kann jedes beliebige Kommando eintreffen, der Trigger wird ausgelöst. Das heißt, ich kann hier irgendeinen Quatsch schreiben und trotzdem kommt es zur Auslösung. Ich kann auch nicht nur Execute senden, ich kann hier verschiedene Parameter modifizieren dieses Buttons, dass er zum Beispiel nur den Command-Stack für Release oder Press auslöst und so weiter und so fort. Vor allem bei den Konnektoren ist es wichtig, dass ihr das Protokoll korrekt definiert. Ihr könnt jetzt zum Beispiel ein erwartetes Line-Ending abgeben, wenn ihr hier zum Beispiel sagt, wir erwarten einen Carriage-Return am Ende und das kommt einfach nicht. Dann bekommt ihr hier die Meldung, aha, ich habe Daten empfangen, aber die sind ungültig. Wofür ist das gut? Ihr könnt euch hier wirklich euer eigenes Protokoll zusammenbauen mit Start- und Endbyte und dem Line-Ending und welches Encoding ihr benutzt und dann wirklich nur noch das reine Kommando auswerten, den reinen Befehl und nicht den ganzen Pre- und Suffix-Teil, den ihr bei so einem Protokoll normalerweise noch habt. Ihr könnt auch, wenn ihr es genauer wissen wollt, die Daten in Rohform ausgeben. Dann sieht das dann zum Beispiel so aus. Dann kriegt ihr die auch noch in Dezimal und in Hex angezeigt. Da könnt ihr wirklich ganz tief reingehen und auch im Handbuch gibt es da weiterführende Informationen. Das ist der einfachste Teil, wenn wir einfach nur Kommandos bekommen. Wir können aber auch vor allem über Geräte komplexere Daten auswerten. Zum Beispiel möchte ich jetzt nicht mehr hier den TCP-Connect haben, sondern möchte mir ganz simpel den Timecode der Timeline 6 ausgeben lassen. So, wir sehen, die Timeline läuft gerade. So, ich halte sie mal an. Ich kann das auch wieder entsprechend modifizieren, indem ich zum Beispiel sage, ich möchte eine Timecode-Kalkulation ausführen, indem ich sage, der eingehende Timecode wird mir abgezogen von einem vorgegebenen. Dann läuft das in dem Fall rückwärts. Und auch für Buttons, äquivalent auch für Felder, gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, indem man zum Beispiel sagt, ich halte hier mal kurz die Timeline an. So, ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn die Timeline unter einen bestimmten Timecode fällt, dann führe den Button aus und so weiter und so fort. Ich stoppe jetzt hier nochmal. Das geht in dem Fall für Watchout, für Pandora's Box und auch, wie gesagt, für einige andere Geräte. Spannend ist auch der Punkt, wenn ich über Pulte steuern möchte, über Artnet, über MIDI und wie es der Zufall will, habe ich hier ein kleines MIDI-Pult angeschlossen. Ich ziehe mir einen MIDI-Connector rein. Dann meldet er auch schon, aha, ich habe mich mit einem Nano-Control, das ist das kleine Fader-Board hier, verbunden und ich möchte jetzt, dass meine Fader auf dem Board mit einem Universe-Fader synchronisiert werden. Speziell für MIDI gibt es eine Sonderausgabe, damit ich immer sehe, was da reinkommt. Und ich sehe hier zum Beispiel, aha, der Fader, den ich gerade bediene, der liegt auf MIDI-Kanal 0, Data 1 entspricht 2 und Data 2 ist der Variable-Teil und wenn ich das jetzt mappen möchte, ziehe ich mir hier den MIDI-Connector auf die Trigger-Seite und sage für Controller, MIDI-Kanal besteht bereits auf 0, 2, Data 1, möchte ich den Wert Data 2 auf den Fader mappen. Dann drücke ich hier drauf und kann jetzt sehen, wie dieser Fader mit dem Universe-Fader synchronisiert wird. Auch hier das Whitecard-Prinzip, wenn ich hier gar nichts reinschreibe, dann ist es völlig egal, welchen Fader ich bediene, weil alle Fader erlaubt sind und nur der jeweilige Wert interpretiert wird. Was ist aber, wenn ich gar nicht möchte, dass ein Control auf eingehende Werte reagiert oder zum Beispiel nur einmal reagieren soll und dann nie wieder? Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich schalte hier Trigger Listen aus. Dann habe ich hier auch so ein kleines Sperr-Symbol. So kann ich zum Beispiel sagen, wenn dieser Button, ich nehme hier diesen Watchout-Trigger raus, ein Befehl bekommt und zwar den Befehl Go. Dann soll der gleichzeitig sich ausführen, aber sich danach selbst sperren. So, auch bei Go. Und wenn ich jetzt hier Go schicke, passiert genau das. Ich kann jetzt Go so oft schicken, wie ich will. Dieser Button ist gesperrt für alle eingehenden Signale. Egal, welche Trigger hier gelistet sind. Der würde jetzt auch für Midi-Trigger gesperrt sein. Das heißt, ich brauche wieder einen anderen Button, der meinen Button entsperrt. Und auch dieser Button kann entweder manuell gedrückt werden. Ah, Verzeihung, Trigger Listen natürlich. So, oder kann selbst wieder über einen externen Trigger gesteuert werden. Also da kann man schon die ersten Logiken aufbauen. Zur Logiken gibt es auch noch mehr im Abschnitt Linking und Modifier 1 und 2. Ein letzter Punkt für heute, für dieses Tutorial, das Trigger-Recording. Vor allem, wenn ich mit, ich halte mal das Watchout an, das läuft ja hier ewig in drei Tage. So, vor allem, wenn ich zum Beispiel einen Pult habe und möchte nicht immer herausfinden, ja, welcher Knopf, ich drücke jetzt mal ein paar, ist denn jetzt wofür gut, möchte die aber als Trigger verwenden. Dann kann ich mir zum Beispiel jetzt hier einen Button nehmen. Da packe ich jetzt mal ein Watchout-Befehl drauf. So, und jetzt schalte ich mal ganz kurz Watchout ab, weil Watchout auch als Datenquelle mir sonst diesen Effekt hier verderben würde. Hier ist wie gesagt noch kein Trigger. Sage jetzt, rechtsklick, Trigger Recording. Dann habe ich hier so einen kleinen, hübschen roten Punkt. Und wenn ich jetzt auf meinem MIDI-Board eine Taste drücke, wird diese Taste aufgezeichnet und automatisch hier als Trigger eingetragen. Wenn ich das jetzt noch mal drücke, wird der Button ausgeführt. Leuchtet natürlich gelb, weil Watchout hatte ich hier drin. Watchout ist gerade abgeschalten worden. Warum muss ich Watchout gerade deaktivieren? Weil Watchout natürlich auch Kommandos reinsendet. Man muss also aufpassen, der erste Trigger, der bei Trigger-Recording hier reinkommt, wird aufgezeichnet. Aber wenn man das weiß, kann man hier sehr einfach sich seine, sein Pult quasi auf seine Buttons mappen, weil die ganzen Trigger voll automatisch angelegt werden. So, das war der Rotumschlag zu Trigger. Was haben wir behandelt? Was sind Trigger im Allgemeinen? Einfache Trigger, die einfach nur Kommandos reinsetzen, wie zum Beispiel TCP oder UDP-Trigger haben wir behandelt. Wir haben uns komplexe Trigger angeschaut, die zum Beispiel von Medien-Servern kommen können, sind auf das Mapping von Pulten auf Universe eingegangen, wie man Trigger gezielt unterbrechen und wieder reaktivieren kann und haben uns angeschaut, was das Trigger-Recording ist. Vertiefende Informationen zu allem findet ihr natürlich im Handbuch.